Erst der lange Ball auf die rechte Seite, dann direkte Hereingabe und dann Ober mit einem präzisen Duss und da hat Kawashima überhaupt keine Möglichkeit. Hier sehen wir es, abgezogen, hat genau gesehen, dass der Torwart, wo er postiert war und es steht 1 zu 0 in der 8. Spielminute für unseren BVB. Sehr schön. ...Stream euch anbieten können, der jetzt den BVB wieder im Angriff sieht mit Aubameyang im 16er. Der Ball in die Mitte auf Jonas Hofmann. Ja, klasse gemacht. Was für ein Tor in dem Estadion de la Manga. Goal. Wunderbar herausgespielt und hat Jonas aber mal so richtig einen Pfund rausgehauen. Das sehen wir jetzt noch einmal in der Zeitlupe. Ober macht das klasse, spielt genau auf den Fuß und Jonas mit ungefähr 192,7 Stundenkilometern ins Tor unhaltbar für Guillaume Vamuis. Dem, ich sage...